Hallo Leute und herzlich willkommen zu dieser etwas blöden Information und zwar habe ich leider ein paar Internetprobleme. Ja, wieder mal diese tollen Internetprobleme. Nein, was heißt wieder einmal? Vor einem Jahr hatte ich das schon einmal und zwar genau das gleiche, aber davon habt ihr eigentlich gar nichts mitbekommen. Nur dieses Mal bekommt ihr leider etwas davon mit, da das Ganze jetzt schon fast einen Tag lang geht und zwar seit gestern Abend habe ich alle paar Minuten mal wieder kein Internet für alle paar Minuten. Denn was bedeutet, dass wenn ich ein Video hochladen will, der Upload immer wieder abbricht und neu beginnen muss und blöderweise funktioniert das irgendwie nicht, dass YouTube den Upload da fortsetzt, wo der aufgehört wurde. Da gibt es so eine tolle Funktion, die automatisch funktionieren sollte, aber bei mir funktioniert sie heute irgendwie nicht. Keine Ahnung, wahrscheinlich hat es auch was damit zu tun, dass es irgendwie andauernd alle paar Minuten abbricht. Und ja, deshalb wie gesagt, hier nur schwarzer Hintergrund und Ton, damit die Datei möglichst klein ist und ich die auch noch gut hochladen kann. Und ich hoffe mal, dass das bis morgen wieder behoben ist. Ich gebe natürlich mein Bestes, halte Kontakt mit meinem Internetanbieter und ja, also ich hoffe, wir sind es dann morgen ganz mal wieder mit Videos. Und ja, wie gesagt, tut mir wirklich leid, Leute. Ich habe schon alles versucht, aber es wird leider einfach nichts. Von daher, morgen geht es hoffentlich ganz normal weiter. Bis dahin, tschüss.